Hey Lieben, schönes da sein. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Pin beim Samsung Smart TV ändern könnt und einstellen könnt. Ihr geht dazu hier auf die Einstellung rein, bestätigt, geht auf Allgemein, dann auf Systemmanager und hier geht ihr jetzt in den Punkt Pin ändern. Jetzt muss man das Kennwort eingeben. Wenn ihr den noch nicht eingegeben habt, den alten Pin, dann ist der standardmäßig 4 mal die 0. So, dann habt ihr den Pin eingegeben und jetzt müsst ihr den neuen Pin einmal eingeben. Ja, dann gehe ich jetzt mal mit 4 mal die 1 vor. Jetzt den Pin nochmal neu eingeben und schon wurde der Pin geändert und jetzt ist er eben eingestellt auf die Zahl. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Ich bin ja da oben oben. Bis dann, euer Mac.